Die neue israelische Regierung der nationalen Einheit hat die Arbeit aufgenommen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verfügt nun über eine komfortable Mehrheit. 94 von 120 Abgeordneten in der Knesset gehören zur Koalition. Auch die Mitte-Partei Kadima unter Führung des bisherigen Oppositionsführers Shaul Mufaz ist jetzt eine Regierungsfraktion. Netanyahu kündigte an, was sich die Regierung vorgenommen hat. Sie will den Wehrdienst neu regeln. Die Befreiung der ultraorthodoxen Juden vom Wehrdienst könnte bald Vergangenheit sein. Zudem wollen Netanyahu und Mufaz das Wahlsystem ändern und den Haushalt für die Jahre 2013 und 2014 verabschieden. Als letztes von vier Zielen nannte der Premier Fortschritte im Friedensprozess mit den Palästinensern. Am Samstag hat sich mein Sonderbeauftragter Yitzhak Molcho mit dem Vorsitzenden der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas getroffen. Ich hoffe, dass wir den Dialog zwischen beiden Seiten voranbringen können, sodass wir die politischen Gespräche wieder aufnehmen können. Vor drei Wochen hatte Palästinenser Präsident Abbas einen Brief an Netanyahu übergeben lassen. Am Wochenende folgte nun die Antwort Netanyahus. Der Austausch der Briefe ist Teil des Verhandlungsprozesses, den das Nord-Ost-Quartett gegenwärtig in Gang bringen will. Der Text der Schreiben ist bislang nicht bekannt. Nach Informationen der israelischen Zeitung Haaretz schrieb Netanyahu an Abbas, die neue israelische Regierung der nationalen Einheit sei eine Gelegenheit, den Friedensprozess voranzubringen. In den vergangenen drei Jahren hatte der Ministerpräsident gegenüber der US-Regierung immer wieder betont, ihm seien im Friedensprozess die Hände gebunden, wegen seiner Regierungskoalition mit rechtsnationalen und ultraorthodoxen Parteien. US-Außenministerin Clinton hatte Netanyahu deshalb in der vergangenen Woche gedrängt, nun in der neuen Regierung endlich Fortschritte zu erzielen. Nach dem Empfang des Schreibens von Netanyahu beriet Palästinenser Präsident Abbas mit dem Exekutivkomitee der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO über die Lage. Anschließend veröffentlichte die PLO eine Stellungnahme. Darin hieß es, Netanyahus Brief enthalte keine Antworten auf die Forderung nach einer Einstellung des Siedlungsbaus im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Auch nehme der Premier weder zur Anerkennung der Grenzen von 1967 noch zur geforderten Freilassung palästinensischer Flüchtlingestellung. Ähnlich enttäuscht zeigte sich Ahmed Tibi, einer der führenden arabischen Abgeordneten in der Knesset. Es gibt keine revolutionären Neuerungen in dem Brief, wie es zu erwarten war. Der Ministerpräsident will sich vor allem mit Abbas treffen. So ein Treffen hat ja schon stattgefunden. Ein weiteres Treffen hätte keine positiven Folgen. Es sei denn, man einigte sich vorher auf ein effektives Ergebnis. Im Gegenteil, so eine Begegnung würde gerade der palästinensischen Seite schaden und dem Ministerpräsidenten als Fototermin und als Propaganda dienen. Das ist die Befürchtung von Abbas und der palästinensischen Führung. Israelische Araber wie auch Palästinenser sind enttäuscht von Netanyahus Brief. Immerhin bleibt festzuhalten, dass die PLO den Inhalt des Briefes nicht in aller Entschiedenheit zurückgewiesen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017